Wohin, Farmer? Ähm, rechte Flanke? Rechte Flanke? Ja, wir probieren es einfach diesmal nochmal aus. Ja, diesmal wie die Blockseite quasi. Ach, diese drei Sekunden können einfach so langsam ab und an. Ja. Du hast auf einen Link reingestellt, wie du dir die 30 Sekunden lang verspielen kannst. So schnell bin ich nicht. Ich weiß nicht, was du da von mir denkst, aber nein, 30 Sekunden lang nicht aus. Man braucht auch noch Vor- und Nachspiel. Also mindestens 45. Komm, du kannst es probieren. Mit dir? Probieren geht über Studieren. Nein, ich bin nicht da. Na gut, also dann nicht. Aber es gibt komische Telefonnummern für Prostitutkas. Für was? Kennst du die nicht? Ich kenne den Begriff nicht, muss ich jetzt gestellt. Mir auch nicht. Der Prostitutka. Prostitutka? Hört sich Russisch an. Prostitutka ist quasi nur, ich weiß nicht, Russisch oder Polnisch. Achso, ich dachte Prostitut, weil Telefonieren, also Tuten. Das hat jetzt für mich in dem Fall Sinn gemacht. Nein, nein. Bei den ersten drei tut es schon mal drei Euro weg. Du. Das wäre aber viel Geld. Ich glaube, dann habe ich den falschen Beruf. Na ja, als Frau würde ich auf jeden Fall was anderes machen, als Autoverkäufer sein. Das ist, ich glaube, ich sollte mein Beruf nochmal überdenken. Du hast vollkommen recht. So ist das auf jeden Fall. Da haben wir einen Ramix 50 100 oben. Ja, da kann ich euch auch helfen, sobald ich in Sicherheit bin. Und der aimt jetzt auf mich. Ah, böse, 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 böse. Aber ich HE, wieso habe ich keine HE bei? Hallo? Würde ich es sowieso nicht machen. Das ist... Ich habe die eigentlich bei jedem Panzer drin, nur hier noch nicht. Ja, ein Pech hat landet am Gründer, aber dann kommt kein Damage rum. Oh, was? Schuss, du sollst doch nicht kraten gehen. Weiter runter geht es wohl nicht. Ich glaube, der muss noch abladen. Ja, ja, der ist leer. Oh, kann mir jemand helfen, jemandem T69? Natürlich ist das nicht mehr leer. Wir sind jetzt gerade oben am Puschen. Indie. Drei-Metall hat verschossen. Der Boast, die hat verschossen. Pass auf den VK noch links neben dir auf. Ja, sehe ich. Dann gilt dir dies, dass wir endlich mal aktiv werden. Der kommt aber auch nicht vor, der ist clever. Ja, gut. Natürlich nimmt er mich. Scheiß Rhein-Metall. Fahr mal zurück. Lass mal die IS-3 da ein bisschen. Ja, ich bin eh schon recht laut. Ja, ich kann nicht dir helfen, glaube ich. Ja, der VK nervt. Ja, den VK kann ich jetzt gleich, falls er sich nicht... Ja, so. Keine Rest komme ich gerade nicht dran. Ich bin scheiße, ich habe kein Reptil mehr. Nein. Ah, schüttel. Fahr zurück, fahr zurück. Bin auf dem Weg, ja. Was, 110er, wo steht der? Auch mit da vorne. Ja, das liegt, glaube ich. Da steht das ganze Team nur noch. Wollen wir von unten probieren, ran zu fahren? Ja, ich fahre nicht mehr weiter weg. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich gucke mal, dass ich unten lang fahre, weil ich habe keine Garni-Peschen. Ich muss komplett drauf, weil ich da runterfahre. Ich kann ihn jetzt frankieren. Sehr gut, sehr gut. Aber ich habe ein bisschen Angst vor der Artie. Ich bleib jetzt erstmal hier so stehen. Ja, ja, bleib da. Der blöde E25 macht mich proxy auf. Ist es uncool? Ich hoffe einfach mal, dass die Artie rechts steht. Was? Und in der Schuss hin. Gibt es nicht. Och man, ihr ist frei, nehm doch mal einen Schuss. Pass auf, hinter dir! Ah, der 110er kommt von hinten jetzt. Schieß doch mit Gold. Alles klar. Wenn du ihn hochfahren lässt, kann ich dir auch daherkommen. Ja, ja, ich lasse ihn hochfahren. Du musst da bis E2 mindestens fahren. Warum schießt der jetzt Topftier mit Gold? Hat der das nötig, der 110er von der Penetration? Nee, eigentlich nicht. Der hat, glaube ich, ungefähr ne, voller Penetration zumindest. So wie der ES-3. Noch komme ich nicht dran. Dann hätte er es gar nicht, Nud. Nee, nee, auf T8 braucht er es auch nicht. Ah, ah, nee, oh, shit. Naja. Du bist tot, jetzt kannst du ja den Film weitergucken. Ey, er hat doch zwei Bildschirme nass. Deswegen geht jeder an Säulen. Ach, scheiße, ich vergesse. Jetzt bin ich neidisch. Wirdest auch gern gucken, gell? Und wir gewinnen, ehrlich gesagt, unglaublich viel. Ja, läuft. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017